Norddeutscher Rundfunk 2021 Hey, Dill! Psst, leise! Das ist eins von den Langhalsbabys. Irgendetwas sagt mir, dass es bald Abendessen gibt. Es nützt nichts. Wir schaffen es nie, uns hier durchzugraben. Wir brauchen Hilfe, Archie. Lidlfurt! Archie, das sind meine Freunde! Beeilt euch! Vielleicht ist er ja verletzt! Ich hole ihn Lidlfurt raus! Oh, das ist auch... Klingt wie ein Steinschlag. Keine Sorge, Kleiner. Das nehm ich zurück. Sorge dich! Zum Abendessen immer geradeaus, Dill! Ah! Schnell weg! Versteck dich! Archie! Archie! Ich kann den Jungen nicht alleine draußen lassen. Lidlfurt! Archie, wir brauchen ein Versteck! Hier nach, Junge! Los, Kleiner, rein da! Los, Kleiner, rein da! Aber was ist mit dir, Archie? Keine Sorge! Jetzt siehst du mich, oder? Jetzt nicht mehr! Da! Wo ist der hin, Ecki? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Da! In der Felsspalte! Ja, ausgezeichnet, so musst du deinen Schwanz benutzen. Pass auf! Ja! Nein! Nicht! Pass auf! Ich hasse es, wenn das passt. Oh nein, das hört sich an wie ein weiteres Erdrütteln. Und es scheint böse. Ja, sehr, sehr böse. Was wir jetzt machen, Littlefoot in großen Schwierigkeiten? Was steht dir so dumm in der Gegend rum, Freunde? Zera! Wollen wir Littlefoot nun retten, oder nicht? Ja! 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 Warte, Zera, wir helfen dir! Kann ich dir helfen, Zera? Natürlich! Geh mir einfach aus dem Weg! Ich weiß, es ist irgendwo hier drin! Ich sehe es, Icky! Ich sehe es! Na, herzlichen Glückwunsch! Und jetzt runter, damit du vergisst, nicht mehr was übrig zu lassen! Zurück, du Fettwanst! Hä? Der Junge ist nur ein Imbiss. Ich bin eine Mahlzeit! Ah, ja! Schildkrötensuppe gibt's vor dem Hauptgang! Klopft das vielmeistig! Ah! 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 Tja! Zera, Petri, Ducky, Spike! Es geht dir gut! Ich dir vermischt! Oh, Littlefoot! Woher wusstet ihr, wo ich bin? Elli hat uns den Weg gezeigt! Ja, das hat sie! Danke, Elli! Ich hatte Angst, dass dir vielleicht etwas Schlimmes zugestoßen sein könnte! Ich bin froh, dass es dir gut geht! Hm! Oh! Hey, wir müssen verschwinden, bevor dieser kurzsichtige Vielfraß und der Scharfstäblinge gerne groß aufwachen! Wer ist das? Das erklär ich euch später! Nichts wie weg! Ja! Das erklär ich euch später!